Hey Leute, hier ist der Mark. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den japanischen Flugzeugträger auf Stufe 5, die Ryucho am Start. Dort werden wir uns natürlich genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte, vergleichen diese mit anderen Schiffen auf der Stufe. Dann gibt es natürlich noch die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Dabei fangen wir doch mal direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich im ersten Slot die Flugüberwachung Mod 1, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Dort wird nämlich die Vorbereitungszeit für Flugzeuge reduziert. Das bedeutet, ihr habt über das Gefecht einfach mehr Flugzeuge insgesamt zur Verfügung, die ihr nutzen könnt, was natürlich sehr, sehr geil ist. Im zweiten Slot nutzen wir einmal Luftgropfen Mod 2. Dort erhöhen wir die Trefferpunkte der Sturz- und Torpedobomber. Hilft natürlich dabei, dass die Flugzeuge nicht ganz so schnell abgeschossen werden. Und dann kommen wir auch schon zu den Verbesserungen. Und ihr seht schon, ich habe nicht alle Verbesserungen gerade verbaut. Dort habe ich nämlich die Sturzbomber noch nicht geupgradet. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn wir links mal die Veränderung anschauen. Wir bekommen durch das Upgrade nur minimal Trefferpunkte dazu, nur minimal mehr Höchstgeschwindigkeit. Aber wir verlieren halt wirklich einiges an Sekunden, was die Flugzeugwartungszeit angeht. Und das ist natürlich so eine Sache, wenn man diesen Upgrade sozusagen verbaut, dann hat man über das Gefecht einfach weniger Flugzeuge zur Verfügung. Und da ist es natürlich ein bisschen abhängig. Ich würde nicht sagen, dass es auf jeden Fall ein Fehler ist, das einzubauen. Ich würde auch nicht sagen, dass es ein Muss ist, das einzubauen. Und ja, es ist halt so ein 50-50. Entweder ihr merkt für euch, okay, ich habe eh immer genügend Flugzeuge über das ganze Gefecht bis am Ende übrig. Dann werdet ihr wahrscheinlich diese Verbesserung hier einfach einbauen. Weil dann habt ihr wenigstens ein bisschen bessere Trefferpunkte und Höchstgeschwindigkeit, wenn euch die Anzahl der Flugzeuge am Ende nicht stört. Aber wenn ihr für euch merkt, okay, ich bin doch relativ schnell nach 5-6 Minuten schon out of planes, sage ich mal. Dann ist wirklich die Überlegung dabei, dieses Upgrade vielleicht nicht zu verwenden. Klar sind eure Trefferpunkte und Höchstgeschwindigkeit mit der nicht geupgradeten Variante minimal schlechter. Aber dennoch habt ihr einfach durch die bessere Flugzeugwartungszeit wahrscheinlich einfach mehr Flugzeuge in der Runde zur Verfügung. Weiter geht es mit den Verbrauchsmaterialien. Bei den Schussverbrauchsmaterialien haben wir ganz normal Schadensbegrenzungsteam mit unendlich Aufladungen. Und auch noch den Jäger mit 4 Aufladungen. Beide werden automatisch eingesetzt. Und bei der Bewaffnung haben wir einmal die HE-Bomber und die Torpedobomber. Und beide haben einmal die Motorkühlung. Und noch die Jägerpatrouille als Verbrauchsmaterial mit 2 und 3 Aufladungen hier. Und dann kommen wir zu den Werten. Diese vergleichen wir natürlich mit anderen Flugzeugträgern auf der Stufe. Wir haben bei Überleben 48 Punkte. Trefferpunkte sind 39.600. Was auf jeden Fall unterdurchschnittlich ist. Panzerung sind 6 bis 30 Millimeter. Dort schauen wir uns auch schnell die Panzerungsgruppen an. Bugpanzerung hier 16 Millimeter allgemein. Nicht wirklich berauschend gepanzert. Also mit den Flugzeugträgern allgemein solltet ihr immer zu sehen. Auf jeden Fall nicht aufzugehen. Hier auch nochmal die Zitadelle, die wirklich riesig ist. Also wirklich ein sehr sehr angenehmes Ziel für die Gegner. Also schön in der Verborgenheit bleiben. Weiter geht es mit den Flugzeugen. Dort haben wir 26 Punkte. Und wir haben einmal eine Torpedobomber Staffel mit 2200 Trefferpunkten. Was etwas unterdurchschnittlich ist für die Stufe einer Reisegeschwindigkeit von 116 Knoten. Was schnell ist auf jeden Fall. Höchstgeschwindigkeit von 152 Knoten. Auch hier gute Höchstgeschwindigkeit. Größe der Anker Staffel. Zwei Flugzeuge je Staffel haben wir 6. Erkennbarkeitsreichweite sind 7,5 Kilometer. Was auf jeden Fall ein super Tarnwert ist für die Torpedobomber. Flugzeuge am Deck haben wir 10. Flugzeug Wartungszeit sind 73 Sekunden. Die Torpedos machen einen Höchstschaden von 6.967. Was auf jeden Fall ein guter Höchstschaden ist für die Stufe. Auch die Torpedogeschwindigkeit 50 Knoten ist ziemlich flott. Und die Torpedoreichweite ist auch sehr angenehm mit 4,5 Kilometern. Und dann haben wir noch eine Staffel Sturzbomber. Dort habe ich ja gesagt, beide Varianten geupgradet oder nicht sind auf jeden Fall gut nutzbar. Es kommt ein bisschen drauf an, was ihr dort bevorzugt. Und wir haben jetzt hier einmal die ungeupgradete Variante. Dort haben wir Trefferpunkte 2050. Was relativ wenig ist. Reisegeschwindigkeit sind 120 Knoten. Was auf jeden Fall schnell ist. Höchstgeschwindigkeit sind 156 Knoten. Was auf jeden Fall auch sehr, sehr schnell ist. Dann haben wir Größe der Angriff Staffel 2. Flugzeuge je Staffel haben wir 6. Erkennbarkeitsreichweite sind 10 Kilometer. Flugzeuge am Deck und die Flugzeugwartungszeit sind 57 Sekunden. Was auf jeden Fall angenehm ist. Dann haben wir die Bomben bei einem Höchstschaden von 9.100. Was nicht so gut ist für die Stufe. Und die Brandwahrscheinlichkeit liegt bei 55%. Was wiederum eine ganz gute Brandwahrscheinlichkeit ist. Und hier nochmal die geupgradeten Sturzbomber in der Übersicht. Dort bekommen wir ein paar mehr Trefferpunkte dazu. Ist aber immer noch relativ wenig für die Stufe. Die Reisegeschwindigkeit und Höchstgeschwindigkeit erhöht sich auch minimal. Was natürlich super ist. Die war schon vorher richtig gut und ist jetzt natürlich noch besser. Allerdings als Manko verliert man hier wirklich die Flugzeugwartungszeit. Und das ist natürlich so eine Sache. Damit muss man halt wirklich haushalten sage ich mal. Wenn man merkt okay ich verschwende kaum Flugzeuge. Ich habe eigentlich immer am runden Ende noch genügend Sturzbomber zur Verfügung. Dann würde ich wahrscheinlich diese Variante nutzen. Weil hier einfach über das Gefecht wieder weniger von den Sturzbombern zurückbekommt. Und durch die längere Zeit. Wenn ihr aber sagt okay ich verliere doch sehr viele Sturzbomber. Und ich möchte halt einfach mehr zur Verfügung haben in der Runde. Dann würde ich auf jeden Fall die ungeupgradete Variante empfehlen. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 6 Punkte. Sekundärbewaffnung haben wir 6x227 mm Geschütze. Mit einer Feuerreichweite von 4 km. Ladezeit von 5 Sekunden. Und dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 2100. Bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Weiter geht es mit der Flugabwehr. Dort haben wir 55 Punkte. Wir haben 5x1 25 mm Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde. Von 9 und einer Feuerreichweite von 3,1 km. Dann haben wir zusätzlich noch 9x2 25 mm Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 45. Und einer Reichweite von 3,1 km auch. Und zu guter Letzt noch 6x2 127 mm Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 61. Und einer Reichweite von 5 km. Bei der Manövrierbarkeit haben wir 40 Punkte. Und eine Höchstgeschwindigkeit von 28 Knoten. Was auf jeden Fall okay ist. Nicht das schnellste für die Stufe. Aber kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Wendekreisradius sind 770 Meter. Was auf jeden Fall sehr sehr wendig ist. Das ist auf jeden Fall super. Und die Ruderstellzeit sind 13,4 Sekunden. Was etwas langsamer ist. Und zu guter Letzt kommen wir noch zur Tarnung. Dort haben wir einmal Erkennbarkeit zu Wasser. Sind 9,5 km. Was auf jeden Fall ein guter Tarnwert ist. Erkennbarkeit zu Luft ist 7,6 km. Was auch etwas besser ist wie der Durchschnitt. Und zu guter Letzt noch ganz normal. Die garantierte Erkennbarkeitsreichweite liegt bei 2 km. Nun kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutzen wir den Tamon Yamaguchi mit der Basisfähigkeit Typhoon. Erhöht den Schaden der Flugabwehr ihres Schiffes. Was natürlich angenehm ist. Wenn man gerade vom feindlichen Flugzeugträger aufgeklärt wird. Hilft natürlich diese Basisfähigkeit die feindlichen Flugzeuge schneller abzuschießen. Und geskillt haben wir dort einmal in der ersten Reihe. Fliegenklatschen erhöht den Schaden der Flugabwehr ihres Flugzeugträgers. Natürlich in Kombination mit der Basisfähigkeit. Sehr sehr angenehm. Wenn der feindliche Flugzeugträger einen doch versucht zu spoten und aufzumachen und anzugreifen. Dann können wir einfach schneller durch den erhöhten Schaden die Flugzeuge abschießen. Alternativ finde ich auch kompromisslose Luftabwehr ganz nett. Dort kriegt man zwar nicht ganz so viel Schaden dazu. Allerdings noch ein bisschen mehr Reichweite. Also ja ich denke mal Fliegenklatschen ist dort wahrscheinlich ein bisschen effektiver. Gerade wenn man wirklich angegriffen wird. Und ja Kompromisse Luftabwehr durch die erweiterte Reichweite natürlich auch nicht schlecht. Machen wir weiter mit der zweiten Reihe. Dort nutze ich dunkle Silhouette. Verbessert die Verborgenheit ihres Flugzeugträgers. Was auf jeden Fall ein sehr sehr stärker Skill ist. Ein besserer Tarnwert für den Flugzeugträger. Macht es natürlich möglich ein bisschen aggressiver zu spielen. Dichter dran zu sein. Ohne dann aufzugehen. Und speziell wenn die gegnerischen Schiffe einen natürlich jagen. Dann hat man natürlich auch durch den besseren Tarnwert etwas bessere Chancen länger zu überleben. Aber alternativ auch der Einzelfahrschein. Auf jeden Fall eine sehr sehr gute Alternative. Dort auf jeden Fall der erhöhte Torpedoschaden. Was natürlich die Stärke auf jeden Fall ist. Der japanischen Flugzeugträger. Nochmal super wenn man das erhöhen kann. In der dritten Reihe nutze ich Versteckte Bedrohung. Dort verbessern wir nochmal die Verborgenheit. Und die maximalen Trefferpunkte der Torpedobomber. Wirklich hier das Ganze nochmal ein bisschen gefährlicher machen. Und die Torpedobomber länger überleben lassen. Das ist natürlich super. Hilft euch dabei natürlich weniger Flugzeuge zu verlieren. Wenn ihr mit den Torpedos angreift. In der vierten Reihe nutze ich einmal Burn Baby Burn. Erhöht den Schaden und die Brandwahrscheinlichkeit der HE-Bomben ihrer Flugzeuge. Was natürlich ganz nett ist. Alternativ kann man natürlich auch Prüfender Blick nutzen. Um einfach nochmal einen besseren Tarnwert zu erlangen. Aber so viel besser ist der Tarnwert hier auch nicht mehr. Man könnte auf jeden Fall darüber überlegen. Wenn man wirklich sehr sehr riskant spielt diesen Skill zu nutzen. Aber ich gehe hier lieber ein bisschen um die Brandwahrscheinlichkeit nochmal ein bisschen nach oben zu drücken. Und die Bomber ein bisschen von Schaden zu buffen. Aber beides hier auf jeden Fall auch gut nehmbar. Und dann kommen wir doch schon direkt zum legendären Skill. Dort nutze ich jetzt vollständig verpackt. Auf Stufe 5 haben wir ja noch ein weiteres Verbrauchsmaterial bekommen. Für unsere Flugzeuge. Und das Ganze können wir natürlich mit diesem Skill hier nochmal von der Anzahl erhöhen. Auch alle anderen Verbrauchsmaterialien gehen natürlich ein hoch. Wobei die Verbrauchsmaterialien direkt vom Flugzeugträger dort weitere dazu zu bekommen ist meistens nicht notwendig. Aber hier die Verbrauchsmaterialien der Flugzeuge zu erhöhen. Das ist auf jeden Fall sehr sehr nützlich. Dann kommen wir schon zu den Inspirationen. Dort nutzen wir einmal Jersey Swersky. Dieser verbessert die Tarnung des Schiffes. Hier nochmal einen besseren Tarnwert. Sehr sehr starke Inspirationen auf jeden Fall auch als Flugzeugträger. Und zusätzlich nutze ich den Raizo Tanaka. Erhöht den Schaden ihrer Torpedos. Das ist natürlich auch nochmal super. Die japanischen Flugzeugträger haben wirklich gute Torpedobomber. Und das Ganze möchten wir natürlich hier weiter unterstützen. Alternativ könnte man natürlich auch noch den Space Fishy nutzen. Um einfach die Torpedogeschwindigkeit etwas zu verbessern. Was auf jeden Fall auch eine Option wäre. Oder die etwas defensivere Variante mit dem Philip Ryan. Wo man die Streuung des Beschusses vom Gegner erhöht. Gerade wenn man doch mal aufgeklärt wird. Ist es natürlich angenehm. Wenn dann dort die feindlichen Schiffe eine schlechtere Streuung haben. Und mehr vorbeischießen. Oder der Ernest King. Welcher nochmal die Feuerreichweite der Flugabwehr erhöht. Das ist natürlich auch eine nette Sache. So Leute, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind im Gefecht mit dabei. Der Tactic Angel in der Leander und der One Ping Only mit der Dallas. Auf der Karte Land des Feuers im Basiserobern Modus. Los geht's. Ein Zerstörer. Viele Kreuzer in der Runde. Fünf Kreuzer. Zwei Schlachtschiffe. Ein Flugzeugträger logischerweise. Nutzen wir direkt unseren Autopiloten. Fahren wenigstens ein kleines Stück nach vorne. Und starten direkt mal die Torpedostaffel. Und schau mal, was wir dort aufklären können. Schön ein bisschen mit der Geschwindigkeit spielen, dass wir nicht zu früh zu viel überhitzen. Dass wir als notwendig beim Angriff noch beschleunigen können. So, dort haben wir schon mal die Bayern entdeckt. Okay, da hinten muss auch der Flugzeugträger irgendwo sein. Der dort mit den Bomben kommt. Deswegen werden wir fürs erste hier einmal kurz drehen. Unser Patrouillenflugzeug zur Verteidigung da lassen für unser Team. Und jetzt werden wir uns konzentrieren, dort einen Angriff zu fliegen. Den vielleicht jetzt hier doch nochmal mit unserem Flugzeugträger. Also Arober dort schon unter Feuer. Erster Angriff gestartet. Haben sogar noch den Zerstörer gerade aufgeklärt. Treffen hier auch direkt mit zwei Torpedos. Die Arober. Drehen einmal schnell. Schreifen von der anderen Seite an. Dremst du jetzt hier auch runter. Hier die Torpedos. Sollten eigentlich treffen beide. Einer hat sogar schon gereicht. Und damit holen wir uns direkt hier das erste Blut. Und haben die Arober rausgenommen. So fliegen jetzt hier wieder rüber. Lassen wieder unseren Patrouillenjäger dort zur Verteidigung der feindlichen Flugabwehr. Oder Flugzeuge, nicht der Flugabwehr. Diesmal kriegen wir sogar einen Flugzeugabschuss. Sehr schön. Noch einen zweiten. Und ja, die Bayern fährt jetzt hier nach vorne. Natürlich ein gutes Ziel. Müssen jetzt hier einen kleinen Bogen fliegen, dass wir hier vielleicht ein bisschen besseren Winkel haben. Hätte wahrscheinlich noch mal minimal weiter fliegen sollen, aber es passt eigentlich. Wenigstens ein Treffer. Immerhin leider kein Brand. Diesmal von hinten angreifen. Sollte auf jeden Fall ein bisschen leichter sein. Schön das Ziel dort drüber. Das müssten zwei Treffer sein. Zwei von zwei. Leider wieder kein Brand gemacht, aber was soll's. Verlieren jetzt hier auch unser letztes Flugzeug. Das ist aber in Ordnung. Okay, drehen jetzt hier noch mal unseren Flugzeugträger. Das mache ich auf jeden Fall relativ gerne. Den Autopiloten immer mal so ein bisschen. Jedes Mal, wenn man gerade eine neue Staffel nimmt, umstellen, um einfach in Bewegung zu bleiben. Und ja, nicht auf einmal dann in einer sehr, sehr schlechten Position zu sein. So, haben wir uns jetzt hier wieder die. Torpedo-Staffel geschnappt. Die Bayern pusht dort noch weiter. Wir werden dort jetzt noch mal einen Angriff starten. Von der Seite natürlich mit Torpedo-Bombern. Immer von der Seite angreifen bei Möglichkeit. Und mit Sturz-Bombern von vorne oder von hinten. Aber Drop war, glaube ich, ziemlich gut. Müssten zwei Treffer sein. Jupp. Da kriegen wir die zwei Treffer. Drehen wieder schnell. In der Drehung starten wir schon den Angriff. Und Torpedos sind draußen. Sollte eigentlich auch nicht ausweichen können. Kriegen jetzt hier auch den Kill. Ein Torpedo hat wieder gereicht. Fahren jetzt hier ein bisschen mit unseren Flugzeugträgern dem Team hinterher. Und ja, hier links irgendwo müsste noch der Zerstörer sein. Der ist lange nicht mehr gespottet gewesen. Wahrscheinlich außen links neben der Insel. Den versuchen wir auf jeden Fall jetzt hier mal für unsere Division aufzumachen. Dass wir diesen Busch schießen können. Immer schön auf die Minimap achten. Oh! Seht ihr? Auf der Minimap ist unser Schiff aufgeklärt worden. Deswegen lenken wir jetzt hier mal. Weil der Zerstörer hat sich schon durchgeschlichen. Und macht hier gerade einen Torpedoangriff auf uns. Deswegen drehen wir hier schnell mit voller Geschwindigkeit. Und versuchen ihn hier aufzuklären. Da haben wir ihn auch gefunden, die Fubuki. Haben unseren Flugzeugträger natürlich direkt mal gedreht. So, versuchen hier anzugreifen. Ah, hat er gut ausgewichen. Unser Flugzeugträger fährt jetzt hier um die Ecke rum. Also, gucken wir mal. Torpedos werden da... Ja, da kommen die ganzen Torpedos. Aber wir sind ja schon am Ausweichen mit dem Flugzeugträger. Fubuki muss natürlich jetzt hier auch die Nebelwand nutzen. Versuchen jetzt hier nochmal anzugreifen. Zerstörer zu treffen ist halt relativ schwierig. Haben zwar jetzt hier einmal getroffen. Leider keinen Schaden gemacht. Schön aber mit dem Flugzeugträger ausgewichen. Und wir werden jetzt hier direkt mal nach oben fahren. Nochmal eine enge Kurve. Wenn die Fubuki die Torpedos wieder hat, sollten wir dort wieder gut ausweichen können, denke ich mal. Werden jetzt hier angegriffen vom Flugzeugträger auch noch. Nutzen jetzt hier auch direkt mal unsere Patrouille. Um zusätzlich noch bessere Flugabwehr hier zu haben. Also richtig Action hier. Oh, da kommt der Zerstörer schon relativ spät aufgeklärt. Den konnte ich jetzt hier leider nicht gut zielen mit den Torpedos. Die werden wahrscheinlich jetzt vorbeigehen. Aber das Spotting allein reicht schon. Taktik hier mit der Leander. Die Fubuki rausgenommen. Und die Torpedos sind wieder unterwegs. Deswegen ändere ich jetzt hier wieder die Richtung mit dem Flugzeugträger nach rechts. Um wieder den Torpedos auszuweichen. Diesmal wird es aber ein bisschen schwieriger. Weil die schon relativ dicht dran sind, die Torpedos. Und ja. Auf jeden Fall die Gefahr hier gebändigt. Auch wenn wir die Fubuki an sich nicht wirklich beschädigt haben. Das Spotting war halt genug in Kombination mit dem Team. Taktik hier. Meiste Arbeit geleistet. Konnte den Zerstörer rausnehmen. Ah, da kommen die Torpedos. Ah. Na, einen Torpedo haben wir kassiert. Aber das ist noch in Ordnung. Der One Pink fährt schon zur feindlichen Basis. Und wir versuchen jetzt hier die Mutsu anzugreifen. Na, nicht der... Kein optimaler Winkel hier. Weil er... Bisschen... Habe ich nicht erwartet, dass er dort ausweicht und dann in die Insel fährt. Dennoch Glück gehabt. Zwei von zwei Treffer und dann auch noch zwei Brände gemacht. Das ist natürlich brutal. Sehen jetzt hier doch nochmal unseren Flugzeugträger. Falls wir dort gespottet werden. Eine Salbe vom Schlachtschiff mit 13.000 Leben kann uns da draus nehmen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall vorsichtig sein. Liegen nochmal die Mutsu von hinten an. Der hat schon das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt hier permanenten Brand bekommen. Oder optimalerweise zwei. Zwei Treffer wieder und einen permanenten Brand. Das ist auf jeden Fall super. Wir hatten jetzt hier mal unsere Torpedo-Bomber. Ja, der One-Ping ist jetzt schon in einer feindlichen Basis. Ich denke aber mal, der feindliche Flugzeugträger wird die Basis verteidigen. Auch wenn er gerade rechts hier noch unser Schlachtschiff angreift. Aber das ist halt gleich tot. Kriegen immer noch so ein bisschen Brandschaden. Arizona. Ja, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr hinfliegen, um dort die Patrouille hinzusetzen. Weil ja, jetzt ist er eh schon draußen. Eigentlich hier Schorsch dort einen guten Job gemacht. Wir fahren jetzt nochmal mit dem Flugzeugträger zur anderen Seite rüber. Weil einmal aufgeklärt werden kann halt schon reichen. Nicht vom Flugzeugträger unbedingt, aber vom feindlichen Team dann rausgenommen zu werden. Das wollen wir vermeiden. So, die Mutsu, die ist hier wieder voll auf Ausweichen. Diesmal müssen wir mal gucken. Kriegen wir vielleicht einen Torpedotreffer? War kein guter Drop. Und wir werden jetzt hier direkt den nächsten Drop gegen die Schorsch machen. Ich glaube, die rechnet nicht damit. Direkt im Anschluss. Mutsu haben wir leider nicht getroffen. Geht's hier weiter. Schorsch, ein schönes Ziel. Torpedos sind draußen. Und ich denke mal, da hat die Schorsch auch keine Chance auszuweichen. Ja, zwei von zwei Treffer. Sehr schön. Verlieren jetzt hier leider unser Flugzeug. Aber ja, Flugzeuge sind überhaupt kein Problem. Wir haben noch alle Torpedobomber am Deck. Also dort können wir gut mit haushalten. Was ich doch teilweise lese, dass wirklich die Flugabwehr ein bisschen stark ist für die Stufe 5 Flugzeugträger. Aber ich finde, gerade wenn man schlaue Ziele wählt und wenn man dann wirklich auch eventuell ein paar Pre-Drops macht, wenn die Flugzeugträger halt wirklich zu stark ist, dann kann man auf jeden Fall problemlos mit den vorhandenen Flugzeugen bis zum Rundenende gut hinkommen. In den Runden, wo ich Flugzeugträger gespielt habe, hatte ich noch keine Runde gehabt, wo ich dann keine Flugzeuge mehr hatte. Von daher passt das auf jeden Fall. So, da haben wir noch die Exeter. Aber der feindliche Flugzeugträger schafft es leider nicht, den One-Pink zu resetten. Und wir nehmen jetzt hier auch schon die feindliche Basis an. Können leider jetzt nicht nochmal ein bisschen die Exeter und Mut zu farmen. Aber gut, gewonnen ist gewonnen. Knapp 72.000 Schaden, was in Ordnung ist. Nicht überragend, sage ich mal. Ein bisschen schade, dass der One-Pink dort nicht resetet wurde. Ich hätte natürlich noch gerne ein bisschen Spaß gehabt. Da war noch eine halbvolle Mut zu. Oder noch mehr wie die Hälfte eine fast volle Exeter. Da hätten wir nochmal ein bisschen was machen können. Und vielleicht die 100.000 wenigstens knacken können. Aber der Sieg ist natürlich das Wichtigste. Von daher stört es mich auch nicht hart. Acht Torpedotreffer in der Runde. Sechs Bombertreffer oder Sturzbomber. Vier Flugzeuge abgeschossen. Beziehungsweise sieben Flugzeuge insgesamt abgeschossen. Hier Ausfälle gemacht. Zwei Schiffe zerstört. Drei Brände. Und dann gab es noch das erste Blut gegen die Aoba. Schauen uns natürlich auch das Teamergebnis an. Hier wirklich schöne Divisionsleistung auf den ersten drei Plätzen. Bisschen schade, dass die Runde wirklich nicht noch die letzten drei, vier Minuten gegangen ist. Dann hätten wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr machen können. Der Flugzeugträger war ja auch noch da. Mit vollem Leben. Da wäre noch ein bisschen was drin gewesen. Aber gewonnen ist gewonnen. Auch unserem Yoko. Auf jeden Fall gut gespielt. Und im Gegner-Team muss man auf jeden Fall auch die Schorsch loben. Die dort auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht hat. Schauen uns nochmal schnell den Wirtschaftszweig an. 160.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Was okay ist. Ohne Kreditbooster. Und dann gab es noch einiges an Erfahrung. So Leute. Das soll es auch mit der Schiffsvorstellung der Ryucho gewesen sein. Auf jeden Fall hier ein Action-Bepacktes Gefecht, wie ich finde. Wo wir dann auch noch den Kampf gegen den feindlichen Zerstörer hatten. Wo wir dort den Torpedo-Beat machen mussten. Das war auf jeden Fall ganz nett. Nur ein bisschen schade, dass die Runde nicht noch ein bisschen länger war. Dann hätten wir noch ein bisschen was machen können. Aber ja, Ryucho auf jeden Fall ein Flugzeugträger, der ein bisschen mehr Potenzial hat. Wie die Hoshu dann natürlich schon. Und auch hier die Torpedo-Bomber auf jeden Fall die Stärke. Aber ihr habt auch gesehen, mit den Sturzbombern. Gerade wenn man gegen feindliche Schlachtschiffe dort diese anfliegt. Sehr, sehr effektiv. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Ein Abo bei Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.